Das BMW Concept i4 ist sehr wichtig für die Marke BMW, weil damit zeigen wir, dass das Thema E-Mobilität im Kern der Marke angekommen ist. Dieses Fahrzeug hat alles, was ein BMW-Kunde von uns erwartet. Das Auto ist sexy, das sieht schnell aus, ist es auch und ist elegant. Das Design vom BMW Concept i4 ist sehr modern, sehr klar. Das passt meiner Meinung nach gut zu einem Elektrofahrzeug. Es ist sehr scharf, sehr präzise und sehr dynamisch und das passt natürlich sehr gut zu einem BMW. Also ein Concept-Fahrzeug soll ja Emotionen wecken und soll Leute auch dazu bringen, zu träumen von so einem Fahrzeug. Und unser Job ist natürlich, diese Träume in Erfüllung gehen zu lassen. Und die Themen, die Design-Elemente, die Sie hier sehen, die werden Sie auch von uns erwarten können in dem Serienprojekt. Im Interieur vom BMW Concept i4 gefällt mir besonders gut die Klarheit, die Präzision, aber auch die Charakterstärke. Und das in Kombination, das ist genau, wo wir mit dem Design der Marke BMW hinwollen. Im Interieur vom BMW Concept i4 haben wir etwas sehr Typisches für BMW, nämlich das Thema Fahrerorientierung. Komplett neu interpretiert und ich denke in eine moderne Ära gebracht. Wir haben mit dem Curved Display ein Cockpit kreiert, was das Thema Fahrerorientierung sehr modern und sehr clean wieder darstellt. Vielen Dank! Vielen Dank.